Dewey, spiel nicht mit dem Essen, Schatz. Was haben wir dir beigebracht? Das ABC? Nein. Von 1 bis 10? Ähm, nein, Dewey. Vielleicht müssen wir dich nochmal daran erinnern, wie man sein Essen richtig isst, Dewey. Benutz den Löffel. Benutz den Löffel. Isst die Suppe. Die Suppe zu essen. Verbrenn dir nicht den Mund. Verbrenn dir nicht den Mund. Schlürf sie auf. Schlürf sie auf. Kau dein Essen. Ich kau mein Essen. Matsch, matsch, matsch. Matsch, matsch, matsch. Kau bis es klein ist. Ich kau es bis es klein ist. Schluck es dann runter. Ich schluck es runter. Nicht mit den Fingern. Nicht mit den Fingern. Benutz die Gabel. Ich benutze die Gabel. Pikst das Gemüse. Ich pikst das Gemüse. Ganz genau so. Trink dein Wasser. Ich trink mein Wasser. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Nimm einen kleinen Schluck. Ich nehm einen kleinen Schluck. Ganz genau so. Ganz genau so. Dewey, schau, was ich mache. Nimm meine Serviette. Ich nehm meine Serviette. Nicht den Ärmel. Nicht meinen Ärmel. Wisch um deinen Mund. Ich wisch um meinen Mund. Jetzt bist du fertig. Jetzt bist du fertig. Momentchen, Dewey. Du bist immer noch nicht fertig. Was jetzt? Nach dem Essen. Nach dem Essen. Wasch die Hände. Wasch ich meine Hände. Alle Finger. Alle Finger. Jetzt bist du sauber. Jetzt bin ich sauber. Wow, man muss an so viel denken. 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 Wow, man muss an so viel denken.